Jetzt geht's auf. Oh, haben wir da, haben wir da. Das ist aber nicht Nacht. Naja, das kannst du nicht aus so. Der hat dir einfach nachgeschmissen. Das ist eine Schweinebacke, finde ich nicht okay. Jetzt habe ich mich extra auf Nacht eingestellt. Oh, der Truppentarn, ja bei der nächsten Runde, kannst du es so auswählen. Ja, ja, wir müssen alle drei die gleiche Nachtrunden auswählen. Aber der Truppentarn, der passt da beim Winter, gell? Meiner. Das ist der Wintertruppentarn. Das ist Schnee mit Leid. Trogentarn. Huch, da war ein Loch im Boden. Ich treffe auch. Das ist nicht gefallen. Ja. Ja, ein Stock tiefer gegangen. Aber Keller ist sauber. Ja, ja, Keller ist sauber, Keller ist sauber. Da steht sich alle auf der Treppe, geht's mal weiter da. Da ist der Lieblingsplatz, da drüben. Ja, da drüben. Ja, aber da ist das Bombenpumpt, da geht man sogar eine. Telefon. 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 Tag wird anders behandelt als Nacht. Warum? Das muss wieder extra speichern. Das seh ich nicht, ey. Wird schon weiter, oder was? Oder ist das hell, die scheiß Leichtgranaten da? Äh, Feuergranaten. Jetzt stellt er vor, da ist ein Nachtsichtgeräte. Mach gar nichts mehr sehen. Das war geil. Das war echt geil. Wo war denn der jetzt? Von hinten. Wie kann der? Da sind fünf Leute auf dem scheiß Balkon. Da sind drei Möglichkeiten, da ist der Auffang, mein Wurscht schon. Ja, aber auf den dritten, ja, aber auf die Treppen hat keiner geschaut. Vier Möglichkeiten. Da raufhazum kommen, nein. Da wo wir stehen, gibt es hinten draußen auf der Terrasse und die Treppe da, wo wir raufhazumkommen sind. Auf der Terrasse gibt es zwei Möglichkeiten. Ja, aber bloß eine Richtung, wo sie herkommen. Von hinten können sie nicht kommen. Ja, von hinten können sie nicht kommen. Äh, doch, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ja, aber die kommen trotzdem. Die Treppen, wo ich jetzt gerade bin, können sie von unten und von oben kommen. Ja, genau, das meine ich. Auf der Terrasse gibt es auch noch mal Treppen hinten. Ja, von unten hat keiner gedeckt. Und da ist ein Loch in der Mauer, gleich nach dem Durchgang, wo es auf der Terrasse geht. Ja, aber es gibt bloß, die können nur von der Richtung aus dem Norden kommen. Jetzt habe ich bei uns jetzt da auch bloß von Norden kommen können. Und unten vor der Treppen, da hat jetzt keiner hingeschaut. Von den anderen, weißt du schon, weil sechs Leute draußen auf der Terrasse rumhupfern. Also, die Cookie ist da ganz meiner Ansicht. Okay, Cookie, ja. Oh, scheiße. Da haben wir an der Treppe zu viel reinkommen. Da steht einer jetzt hinten in den Treppenhaus. Bin ich der Einzige noch? Hinter dir wohl, da. Ja. Nehmen wir es nur ein. Wird gesäubert. Wahrscheinlich von dir. Da, wo ich jetzt hinschauke. Da können sie auch hochkommen. Oh, da ist mir niemand noch gekommen. Doch, da können sie auch hoch. Na gut, dann können da welche stehen, auf die andere Seite gehen, welche schauen, welche auf die Treppen runtergehen und welche oben. Dann kann eigentlich gar keiner raufkommen. Sieg, was du gut gemacht hast, will ich dir das. Gut gemacht. Danke. Meiste Kopfschluss, äh. Aufholjäger. Mh, 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 mh. Ist er geworden, da will der Aufholjäger. Mh, 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 mh. Ich war mit drei Kopfschüsse, der mit den meisten Kopfschüsse. Wischig, ja. Deprimierend. Bei zwei Schuss ist das auch schwierig. Nachkommission, was nehmen wir, Zitatelle oder Ministry? Nehmen wir die jetzt so. Ja, ja. Jetzt müssen Oli da rein. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich noch die einzigen sehen, weil es Oli rausginge. Wahrscheinlich. War das jetzt Security oder nicht? Ja. Steht oben links Security. Ach, das stimmt. Nimm frische Socken und unterwisch. Okay. Oh gut, du bist ja hauptsächlich im Gebäude, oder? Da ist er eh beleuchtet. Aber ich würde trotzdem etwas langsamer vorgehen. Weil es gibt immer noch dunkle Ecken, wo du das oft nicht siehst. Äh. Sind wirklich bloß mir drei. Nein, da sind wir drei, sechs, sieben, acht, da sind wir. Bis jetzt sehe ich bloß uns drei. Drück einmal Tab. Ja, ja, ich weiß schon, dass du willst. Bis jetzt sehe ich bloß uns drei. Die spannen schon noch. Futter, Jun, komm, Futter, Jun, komm. Und auf geht's. Was? Okay, let's go. Seht ihr das eigentlich, wenn ich mit der Infrarot-Tasche irgendwo hier lege? Ja, ja. Jetzt können wir uns gegenseitig quasi löchzpenden. Da ist ja noch rechts gestanden. Nein, ich habe da in den Kopf geschossen, weil du genau an mir vorbeigelaufen bist, wie ich den rechts da geschossen habe. Stimmt, ich sehe es gerade. Das ist genau auf der Hähne durchgeglaubt, dass ich genau in den Schädel geschossen habe. Das ist so Brandgranaten, dann wirst du hin. Das geht schneller, als wenn wir mit der Hand. Wo haben wir denn? Wo ist denn der blöde Ding zum Sprengen? Du stehst direkt davor, du bist drauf gestanden. Nein, mit dem habe ich jetzt keine Brandgranaten dabei, weil ich keine Punkte mehr gehabt habe. Matrix-Man, gib mir Deckung, Matrix-Man, gib mir Deckung. Da kommt einer, da kommt einer. Genau, der. Jetzt liegt er am Boden, jetzt liegt er am Boden, der lebt noch. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Da ist er auf die anderen. Danke. Jetzt hast du mich selber gesprengt. Du hast glaube ich, er hat zerlegt. War immer noch zu nah dran. Jetzt sind die anderen auch mal da. Ja, schön. Team-Schaden wurde auf dich zurückgeworfen. Die haben alle gar keinen 80-Geräte, aber die sehen uns doch gar nicht. Geater-Bande da, die ländige. Woody ist, du siehst jetzt relativ gut, wo du geschossen hast, weil du das im Schaden und den Kilo siehst. Oh nein, scheiße. Oh, das ist zu kurz beim 80-Gerät. Flashbang. Da ist er rüber. Ja. 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 Wack, 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 wack. Du kannst ja gerne mal mit dem gräner Nachtsichtgerät spielen. Sonst wieder Bresls. Dann bin ich gespannt, ob du nur das gleiche sagst. Ja, aber wir spielen ja nicht mit gränern. Genau. Mit mehr Fahrwegen. Das habe ich aber erst nach einer Zeit rausgefunden. So finde ich es fast ein bisschen Radian Knob-mäßig. Oh, klick, 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 kotze ich mir. Boah, hinter mir hat Knirkel gar nicht am Boden. Hat schon fünf mehr auf mich geschossen. Oh, ja, 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 ja! Oh, ja, ja, ja! Oh, ja, 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 ja! Wee, 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 wee! Unten ist einer. Du telefonierst nicht. Jetzt sind wir bloß noch zu dritt, gell? Ja. Ja, genau. Wo denn? Ja, von unten. Lade ihn auf. Ich hab einmal aufgehend aufm Kleiner. Boom, weg. I'm hit, but I can fight. I can fight. I can fight. I can fight. Kontext aus ist. Wo war der jetzt? Ich bin angeschossen worden. Oh! We'd go! Hey, hey! I'm loving now! Weg da! was sagt er? warum ist das denn schon wieder an? ich hoffe man muss nicht stumm schalten, dass er endlich mal hier rüber ist aufs klo muss er achso aufs klo muss er schon wieder wow fuck innen drinnen in der halle ich bin der der in der runden am meisten gestorben ist so was sollt viel geben, ob ich gehört mir auch schon mal so gingen ja ich freunde in den kopf hinein aber hey, das wertet deine Kopfschussstatistik auf was, dass dein Kopf anzelt huch mindestens für zwei lade nach ich hab doch gerade nachgeladen ich bin das Magazinler ehrlich, ich bin nachgeladen ja, wenn du auf Lauf verdruckst, dann ist dein Nachladeerfolg weg aha, ein Laser hat er zu prüfen aha so einer bist du ja hoch ist das hell boah ist das hell, da siehst du ja nix ja, schmeißt du ja nur mehr in der Molle siehe wenn man so viel Sekt mit dem Molle ist ja fahr auch gut, ohne Ding ist gleich gar nix da siehst du überhaupt nix mein Gott, schmeiß ich den die ganze Zeit Molle ist doch voll fast, wir sehen doch nix warte, 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 warte. dependt ihr, warte, 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 warte Geht schon weiter oder was? Das ist der letzte Punkt. Wir müssen noch eineinhalb Minuten durchhalten. Bis jetzt ist noch keiner gestorben. Welcher Idiot hat er in den Molotow geschmissen? Du siehst auch Null mit dem Nachtsichtgerät. Das Problem ist mir so, du siehst auch nicht mehr. Tschüsschen. Wobei, aufschlussweise gibt es sie, ja. Steht der hinterm Pfeil? Pfeil. Klick, klick hat es gemacht. Zu breiter Munition. Gehen wir langsam aus. Ja Mann. Ja Mann. Ja Mann. Der Drecksack, der Puff ist wieder. Der Puff ist? Ja, der hat mich überholt. Ich habe erfolgreich ein feindliches Waffenlager zerstört. Wo war denn das? Das muss ja eine Wirkung sein. Was war? Das war eigentlich das erste, was ich gesprengt habe. Stimmt. Was die Granaten aus der Nächse ist? Ich wähle die Raffinerie. Wählst du die Raffinerie? Zu spät, das ist schon aus. Ah. Ja. Ich nehme an. Das ist schon. Das war ein bisschen. Ich nehme an. Untertitelung des ZDF, 2020